Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, also ein Stück weit scheint ja Amnesie hier kultiviert zu werden von den Herren und Damen der Koalition, aber lassen Sie mich trotzdem an bestimmte Dinge erinnern. Zumindest sind Sie schon mal aufgewacht und das ist sehr zu begrüßen, denn immerhin wollen Sie ja schon in diesem Jahr damit beginnen, die Gerechtigkeitslücken in der Besoldung zu schließen, immerhin mit 0,5 Prozent. Die Grünen-Fraktion fordert ein Moratorium über den Stellenabbau der Bezirke. Staatssekretär Stadkowski ist leider nicht im Raum, aber trotzdem sei es erwähnt, er lässt sich dafür feiern, dass er beim Personalräte-Kongress erst einmal die Zielzahl von 100.000 Vollzeitequivalenten infrage stellt und sagt, sie sei sowieso längst überholt. Auch der Landesvorsitzende der SPD und der geschäftsführende Landesvorstand hat diese Zielzahl für dringend anpassungswürdig befunden. Und Herr Salé und Herr Graf, auch Sie haben uns ja nun mitgeteilt, es ist doch Geld da. Aber dann lassen Sie doch diesen Aussagen bitte auch Ihre Taten folgen und nicht nur auf deren Worten beruhen. Denn die von Ihnen hochgelobte Besoldungsanpassung ist jedenfalls keine mittelfristige Angleichung an den Durchschnitt der Bundesländer. Auf diese Art und Weise dauert es bis 2028, war ein Angebot, das nächste war 2031, völlig wurscht. Am Ende sind es trotzdem mindestens 25 Jahre, wo die Beamtinnen und Beamten dieser Stadt vom Bundesdurchschnitt abgekoppelt waren. Und ein Großteil der jetzt Beschäftigten kommt erst im Rentenalter in den Genuss, möglicherweise in den Genuss, der Anpassung. Auch die lange geforderten Konzepte für Personalentwicklung und Personalbedarf, das ist ja oft gefallen heute, kommen frühestens zum 31. August diesen Jahres. Man habe noch Abstimmungsbedarf, wird uns lapidar in einer Mitteilung zur Kenntnisnahme geschrieben, scheint der jetzt Methode zu sein. Olympia war ja auch nur eine MZK. Aber so eilig scheint das ja mit dem Personalbedarf und mit den Zielzahlen doch nicht zu sein. Und dabei erreichen uns ja jede Woche offene Briefe, Brandmeldungen aus beinahe allen Bereichen dieser Berliner Verwaltung und informieren uns über die prekäre Personalsituation. In all diesen Bereichen ist die wachsende Stadt längst angekommen. Eine wachsende Zahl von Einwohnerinnen und Einwohnern, neue EU-Verordnungen, wachsende internationale Bedeutung Berlins. All das ist mit weiterem Personalabbau eben nicht mehr zu bewältigen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Frau Flesch? Bitte. Ja, vielen Dank. Frau Dr. Schmidt, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass in den Bereichen, die auch der Kollege Lux vorher genannt hat, Bauingenieure, Ärzte, seit Jahren eingestellt werden kann, dass die immer ausgenommen waren vom Einstellungsverbot, dass es da ein Problem des Fachkräftemangels ist und nicht ein Problem der nicht vorhandenen Stellen? Natürlich ist mir das aufgefallen, sehr geehrte Frau Flesch, nur das eine ist das Fachkräfteproblem, das andere ist, dass befristet eingestellt wird. Damit können Sie Fachkräfte nicht wirklich interessieren für den öffentlichen Dienst. Und außerdem braucht es eben nicht nur ein Moratorium oder eine Anpassung von der Zielzahl. Auch die Besoldungsanpassung mit 0,5 Prozent ist doch deutlich zu wenig. Zum einen wird gebrochen, was wir den Beschäftigten, was Sie den Beschäftigten dieses Landes während des harten Konsolidierungsprozesses in Berlin versprochen haben. Wertschätzung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sieht nun mal anders aus. Und zum anderen verschärft es das Fachkräfteproblem doch noch deutlich, wenn entweder nur befristet eingestellt wird oder wenn man meint, der Anreiz allein, dass Sie ja dann Beschäftigte in der Hauptstadt des Landes sind, reiche aus. Das ist eben deutlich zu wenig. Applaus Wir haben Ihnen ja unseren Antrag vorgelegt auf die jährliche Erhöhung der Besoldungsanpassung um 1 Prozent. Weil das ist tatsächlich ein mittelfristiger Weg zur Angleichung. Und sagen Sie nicht gleich wieder, das ist ja alles nicht bezahlbar. Das ist doch Blödsinn. Wir haben Ihnen in den Haushaltsberatungen deutlich gezeigt, dass es finanzierbar ist. Und zwar immer in der Balance zwischen Investieren und Sparen. Bei uns war es Blödsinn, bei Ihnen ist es jetzt der große Wurf. Na, vielen Dank. Applaus Auch für die Bezirke gibt es aus unserer Sicht nur einen einzigen Weg. Und das ist die Auflösung der Zielvereinbarung. Sie haben es doch erlebt. Die Bezirke sind diszipliniert genug und wissen ganz allein, welches Personal sie sich leisten können. Und das zeigen auch die Zahlen. Schon jetzt liegen die Zahlen der Beschäftigten deutlich unter der Zielzahl, die sie erst Ende 2016 erreicht haben sollen. Und das ist eben nicht nur dem Fachkräftemangel zu schulden. Und was wir letztendlich fordern, ist doch hier ein Personalentwicklungskonzept, ein Personalbedarfskonzept, was strategisch ausgerichtet ist und was tatsächlich definiert, welches Personal braucht diese Stadt. Mit welchem Personal wollen wir auf die Anforderungen dieser Stadt reagieren. Liebe Leute, Wertschätzung von Mitarbeiterinnen sollte uns allemal mehr wert sein als die Bewerbung um Olympia. Und das ist die Bewerbung um Olympia um Olympia um Olympia um Olympia um Olympia um Olympia.